Rasieren, sagt er dann und berührt mit beiden Händen ihre Schultern. Sie sagt, dass es nichts mehr zu rasieren gäbe. Doch, sagt er und betrachtet ihre Augenbrauen. Sie wehrt sich nur kurz, obwohl sie versteht, dass der Demontage ihres Körpers die Demontage ihres Gesichts folgen soll. Als er fertig ist, malt er mit einem Stift Augenbrauen auf die Haut. Ihr fällt ein, dass er sie einmal angeschrien hat, weil sie die Fingernägel lackiert hatte. Das machen nur Prostituierte, hat er geschrien. Sie hält ihm das jetzt vor. Köck lässt sich nicht stören. Ansonsten ist er in ihrer Gegenwart nur noch einmal laut geworden, als er auf den seinerzeit bei ihr im Geschäft gekauften Strümpfen, die sie am Anfang stets vorführen musste, eine Laufmasche entdeckt hatte. Köck nimmt weitere Farbstifte aus seiner Schachtel, er befiehlt Augen zu. Er bemalt ihr ganzes Gesicht. Fertig, sagt er, nach ungefähr einer Stunde und lässt Monika Pratschko zum Vorzimmerspiegel. Ein weißes Puppengesicht oder gar kein Gesicht. Etwas stimmt noch nicht, sagt er, während sie sich vom Spiegel wegtritt. Köck schaut auf ihre Haare und geht auf sie zu. Er wird einem Brief schreiben. Aussage Mein Verteidiger hat mich informiert und ich weiß auch selbst, dass es wahrscheinlich besser für mich wäre, den Mund zu halten. Aber ich will nichts wegreden. Dass ich den Mann niedergestochen habe, kann ich auch gar nicht abstreiten. In der Wieselburger Bierinsel habe ich Mittag gegessen. Ich bin alleine. Ich bin alleine.